Ich bin die Generalkurve für die Weltmeisterschaft. Sie ist erfolgreich absolviert worden. Diese Woche steht ein bisschen Reha auf dem Programm. Ein bisschen Kompensations-Training, viel Massage, Behandlung, Spiel und Spaß. Und natürlich auch die Eintonne, wo der Körper wieder ein bisschen herregnet nach diesen harten Kämpfen. Und dann geht es nächste Woche schon nach Leipzig, dann nach Helm. Und dann steht schon der ganze Prototeur und ich bin gut drauf. Ich hoffe, ich kann es noch ein paar Wochen zu halten. Und ja, ich würde sagen, viel Bisschen, viel Leidens sein. Und bis bald. Ciao. Sousaert Die Ampel Untertitelung des ZDF für funk, 2017